Welche Köder brauche ich, wenn ich in Norwegen vom Ufer spinnen fischen will? Ja, genau, das ist das Thema dieses Videos. Welche Köder brauchst du, wenn du in Norwegen mit der Spinnrute am Ufer unterwegs bist? Hier habe ich drei Favoriten, irgendwie sind es schon vier. Und die Links, wo du sie kaufen kannst, findest du in der Beschreibung unter dem Video. Bleib dran! Noch ein Hinweis, ich werde von keiner Angelgerätefirma finanziert oder habe von einem Hersteller Köder geschenkt bekommen, um sie hier vorzustellen. Sondern die Köder, die ich hier zeige, sind rein meine persönliche Empfehlung. Die Links findet ihr in der Beschreibung, damit könnt ihr mich unterstützen oder wem das Mehrwert ist, denn die Köder können euch eine Menge Geld sparen. Der kann mich auch über den Thanks-Button oder über den Paypal-Link in der Beschreibung unterstützen. Vielen Dank im Voraus dafür. So, Köder Nummer 1 in Norwegen und damit meine ich nicht unbedingt den Köder, der am meisten fängt, sondern den ich zunächst als erstes in Norwegen einsetze, wenn ich eine Stelle nicht kenne, der Gummifisch. Ich bin kein Fan von diesen Ködern. Ich habe die im Rhein schon ziemlich früh abgelegt, obwohl ich 1980 die Dinge aus Amerika mitgebracht hatte. Ganz einfach, weil es ein Köder ist, der nicht unbedingt weit fliegt und der manche Fischarten nicht so anspricht und manche Fischarten auch schlecht hängen bleiben. Also Fehlbissrate ist höher. Aber er hat natürlich auch dadurch gleichbedeutend eine geringere Hängerquote. Und das ist in Norwegen oft ein wichtiger Faktor, weil es kann sehr teuer werden, wenn man in der Nähe von Häfen angelt oder ein Tankfeld nicht gesehen hat oder ein Felsen unter Wasser nicht gesehen hat. Da reißt man eine Menge ab. Und bevor man da seinen Lieblingsköder abreißt, dann noch besser ein Gummifisch. Aber nicht irgendwelche Gummifische, nicht so einen typischen hier, sondern Sandaale. Die Sandaalform bringt mehrere Vorteile mit sich. Am Ufer müssen wir weit werfen können und diese schlanken Sandaale fliegen einfach weiter und sinken natürlich gleichbedingend auch wesentlich schneller im Wasser ab. Und das ist halt ein wesentlicher Vorteil, weil wir müssen weit raus und wir müssen größere Tiefen erreichen, als es im Süßwasser oder auch im Mittelmeer meistens der Fall ist. Also alle Dorschartigen, in dem Fall eben auch Seelachs steht auf sowas. Aber auch gerade der Pollack ist eigentlich so der Kandidat für Gummifische. Man sieht, der ist hier von einem Fisch gut erwischt worden. Den nehme ich jetzt auch besonders mit, weil er ist auch schon voller Lachsläuse. Aber er hat sich das Ding auch voll reingezogen. Ich verwende meistens Sand-Eel-Jigs in der Größe von etwa 16 cm und kombiniere die mit 20 bis 40 Gramm Köpfen. Pollacks sind wie gesagt die Hauptabnehmer für Sand-Eel-Jigs. Diese Köder lassen sich sehr variantenreich fischen, von ganz langsam eingeholt bis zu aggressiven Jiggen. Kinderleicht. Nachteilig ist die relativ geringe Wurfweite und dass sie für manche Fischarten wie zum Beispiel Salmoniden nicht so geeignet sind. Zum Beispiel mehr Forellen stehen auf Köder, die etwas zackiger laufen. Zudem bleiben sie an Gummis schlechter hängen, da sie meist sehr knapp beißen und am Einzelhaken nicht sitzen. Ein Oron Köder ist der Gummi-Jig, der Sandy-Jig also nicht. Das kann man allerdings von Köder Nummer 2 sagen, von denen ich auch direkt zwei Stück habe, dem Meeresblinker. Das eine ist der Castmaster und das andere ist der Deadly Dicklor. Die Unterschiede erkläre ich jetzt im Folgenden. Jetzt montiere ich mal einen kleineren Deadly Dicklor mit 28 Gramm. Die gibt es runter bis 7 Gramm. Unterhalb von Größen 56 Gramm sind das hervorragende Köder für Salmoniden, vor allen Dingen von Lachs bis eben zur kleinsten Bachforelle. Während die größeren sich natürlich eignen für die Dorscharting. Vor allen Dingen Seelachs, aber auch Dorsch geht drauf. Und Pollack. Eigentlich ist der Deadly Dicklor so ein Allrounder. Auch auf den Kanaren, im Atlantik, Ost-Westseite, auch in Amerika wird er viel genutzt. Zum Beispiel für False Abacore, für Tonine. Makrelen stehen auf diese blitzenden, schnell geführten Köder sowieso. Oder für atlantische Bonitos geht es auch. Und manchmal gehen auch Barracudas drauf. Also ein Allround-Köder, Blinker, ein Eisen, den man auf jeden Fall immer dabei haben sollte. Wolfsbarscher und Hornächte sind auch Abnehmer dieses Köders, der von einem anderen Hersteller, Halko Twistigig, genannt wird. Nachteilig ist unter Umständen, dass der Köder relativ schnell geführt werden muss, um schön zu spielen. Das rote Plastikflösschen, was ich hier zusätzlich montiert habe, würde ich nur bei Gewichten über 56 Gramm einsetzen, da ansonsten das Köderspiel beeinträchtigt wird. Den Drilling würde ich immer mit zwei Sprengringen montieren, da Drillaussteiger auch ein Nachteil dieses Köders sind. Oft werden vom Hersteller relativ billige und dünndrahtige Drillinge verbaut. Diese würde ich auf jeden Fall durch dickere und hochwertigere ersetzen. Dünndrahtige Drillinge begünstigen das Aussteigen oder Ausschlitzen. Und natürlich wie bei allen Blinkern ist die Hängergefahr höher. Ähnliches gilt für den Castmaster Spoon oder Blinker. Allerdings montiere ich an diesem gerne zusätzliche Plastikflösschen, da seine ausladenden Bewegungen diese besser bewegen können. Und das sind auch die Unterschiede zum Deadly Dickluhr. Der Castmaster ist kompakter und hecklastiger und lässt sich langsamer und tiefer führen. Bei Highspeed-Führung flankt der zu stark und bietet zu viel Wasserwiderstand. Auch ihn gibt es von wenigen Gramm bis weit über 100 Gramm für alle möglichen Fischarten in Süß- und Salzwasser. Hier hat sich ein Pollack den 60 Gramm Castmaster geschnappt. Im Süßwasser würde ich ihn mal auf Hecht probieren, denn er fliegt wesentlich weiter als der in Deutschland populäre FZ-Blinker. Der dritte Ködertyp, den man in Norwegen vom Ufer unbedingt mit dabei haben sollte, das ist der Slowjig. Über den habe ich ja auch schon einige Videos gemacht. Diesen Ködertyp setzt man besonders dann ein, wenn es weit raus, tief runter und das ganz schnell gehen soll. Jigs, die im deutschsprachigen Raum auch Pilker genannt werden, sind meist aus Bleilegierungen gefertigt und fliegen daher aufgrund ihrer Materialdichte wesentlich weiter als vergleichbarer Köder-Gleichengewicht. Sie sinken auch schneller. Beide Punkte gelten für Slowjigs aufgrund ihrer Bauform aber in geringerem Maße. Wichtig ist auch, dass sie als Jig geführt werden. Andernfalls entfalten sie nicht ihr volles Köderspiel und ihre Fängigkeit. Bei mir kommen standardmäßig Ködergewichte zwischen 40 und 100 Gramm zum Einsatz. Manchmal auch darüber. Beachte dabei, dass deine Route mindestens 20 Gramm mehr Wurfgewicht bieten sollte, als das maximale Ködergewicht, was du werfen willst. Anders als Gummifische und Meeresblinker sind es keine Allround-Köder. Man kann sie also nicht immer und überall einsetzen und sie fangen auch nicht einfach so durch einkurbeln. Slowjigs sind aber manchmal die einzigen Köder, mit denen man unter bestimmten Bedingungen überhaupt an den Fisch herankommt. Wenn sie zum Beispiel sehr weit draußen, sehr tief unten stehen und eben auf diese fallende Aktion hereinfallen. Für große Köhler vom Ufer sind sie ein Muss, aber auch für Dorsche und andere Fische, die sehr tief stehen, wie zum Beispiel Wittling, Knurrhahn und Rotbarsch. Und hier noch ein unter Umständen entscheidender Tipp zur Köderfarbe. In Norwegen ist es oft duster, in der Tiefe umso mehr. Phosphoristierende Köder, also selbstleuchtende Köder, haben sich dabei als besonders fängig herausgestellt. Ja, das waren meine Ködertipps für das Spinnfischen in Norwegen vom Ufer. Ich hoffe, ich konnte euch bei der Qual der Wahl für diese Saison helfen. Und vielleicht sehen wir uns ja sogar hier in West-Norwegen. Bis dann, tschüss!